Hallo miteinander. Ich zeige euch heute mal etwas Neues. Einen neuen ESC. Einen neuen Brushless ESC. Der Brushless ESC nennt sich FANT RCC80A. Ist entwickelt worden in der Schweiz. Ist entgefertigt worden in der Schweiz. Ist getestet worden in der Schweiz. Coole Sache. Ist exklusiv bei WEMU.ch erhältlich. Der Link in Job wird dann noch unter dem Video gepostet. So, jetzt was ist speziell an dem ESC? Was einem sofort auffällt ist extrem kompakt und klein. Ungefähr 5 x 2,5 x 2 cm. 50 Gramm schwer. So klein und kompakt auch darum, weil er kein integriertes BEC hat. Das erkennt man auch hier am Kabel, das in Empfänger kommt. Das Rote fehlt. Ist bewusst so gemacht, dass man auch wirklich 80 Ampere Dauerstrom garantieren könnte. Und der Regler im Prinzip das macht, was er muss. Nämlich regeln und nicht irgendwie noch sich um die Stromversorgung kümmern muss. Dass das Ganze einfach zum Einstecken und verkabeln wird. Aus diesem Grund liegt auch da das passende Adapterkabel noch dabei. Und dann das externe BEC-Problemos anschliessen. Was auch auffallend ist, ihr findet an diesem ESC kein Programmier-Port. Aus diesem Grund, der ist von uns vorprogrammiert worden. Und zwar auf einer Einstellung, die für die allermeisten Fälle perfekt funktionieren wird. Nullpunkt haben wir fix. Dann haben wir einen Druck-Break 100%, also Full-Druck-Break. Statt super schön still. Was wir auch haben, ist ein Crawler-Reverse. Also wenn man den Crawler-Regler kämpfen soll, dass man nicht zuerst muss via Brems-neutral in den Retorgang. Sondern direkt von vor in den Retorgang kann. Den Lipo-Cut-Off haben wir eingestellt auf 3,4 Volt. Auch das ist, denke ich, ein gesundes Mittelmass für die meisten. Der ESC ist 4S-tauglich. Ihr könnt ihn von 2 bis 4S betreiben. Ich empfehle ganz klar, gehen mit der Spannung hoch. Power-up, gear-down ist das Motto. Also sprich, fahren mit höherer Spannung. Wenn ihr zu schnell werdet, ritzeln oben runter. Es gibt schlussendlich dann ein Optimum zwischen Geschwindigkeit, und Power, die man braucht. Was auch ist, vor allem super cool, er ist praktisch geräuschlos. Also er treibt so die Motoren an. Vor allem die Outrunner-Motoren, dass sie nicht pfeifen. Wie man es vielleicht ab und zu auch schon gehört hat, solche, die zum Beispiel Castle-Motoren brauchen. Ob das ein Mamba X ist, oder ein Copperhead, oder irgendetwas. Man hört ihn also praktisch nicht. Mit 4S gibt es ein kleines Turbinenpfeifen. Turbinen heulen ganz leicht, aber absolut im grünen Bereich meiner Ansicht nach. Dann 80 Ampere, Dauerbelastbarkeit. Also ihr könnt da wirklich auch grobe Motoren dranhängen. Outrunner 14-polige, für das ist er optimiert. Was auch geht, sind Inrunner-Motoren. Ab 6 Pol, 540 Grösse. Bitte keine 2- oder 4-polige Motoren. Das wird nicht richtig funktionieren. Der Regler biete ich im Shop an, für 149 Franken. Es gibt die Option, dass ihr den als Sättchen bestellt. Also sprich einmal der Regler. Plus zum Beispiel 10 Ampere Back-of-the-Castle. Oder auch V2, 14 Ampere Back-of-the-Castle. Wenn jemand wirklich Wartenbrauch machen will, dann kann er auch 2p, 15 Ampere Castle-Becke nehmen. Ist im Shop so auswählbar, dass ihr das als Sättchen bestellen könnt. Aktuell ist eine ganz kleine Quantität der Regler am Lager. Wird jetzt aber auf Ende Woche aufgestockt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er dann eigentlich immer am Lager lieferbar sein wird. Ich werde beim Video unten dran einen Link in den Shop haben. Wie auch einen Link zu einem Fahrvideo, wo man sieht, wie das funktioniert. Der Regler ist jetzt schon länger getestet worden, auch von mir. Er war in ein paar Fahrzeugen, die man schon auf Videos gesehen hat. Aber er hat nicht gewusst, dass es der Regler drin hat. Und funktioniert einwandfrei. Ich bin völlig begeistert davon. Ich finde es eine coole Sache. Und ja, bei mir kommt er sicher auch in ein LCG Chassis rein. Dann kann man ja fast nicht genug kleine ESC rein haben. Weil ja doch auch das Gewicht dort ein Teil ist. Wir sind noch dran mit einem 45 Ampere, der noch mal kleiner ist als dieser. Wird jetzt aber noch ein Zeit lang an. Das ist ein Regler, der vor allem Mimoasin eingesetzt wird. Der sollte wirklich noch länger zu und her gehen. Der sollte noch leichter sein. Die Gefahr ist einfach bei den 45 Ampere Reglern, dass wenn man die, ich sage es mal für die breite Masse, im Verkauf bringt. Dass dann einfach Motoren dran kommen, die dann Schiffe oder Leistung her am Limit laufen. Darum 80 Ampere Dauer und da decken wir eigentlich alles ab. So, das wäre es gewesen. Kleine Vorstellung von diesem Regler. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn sogar super cool. Ich bin überzogen, dass es funktionieren wird. Und ja, in diesem Fall, Hebt's gut, macht's gut und wir sehen uns. Danke, Tschüss.